So, heute gibt's mal wieder eins für meine Lieblingsgerichte. Spaghetti. Jetzt schauen wir gleich mal um in die Küche. Acht Minuten, fast fertig. Jawohl, die waren so günstig. Spaghetti. Spaghetti. Lecker. Spaghetti. Fertig. Ja, mei. Ergiebig waren die nicht. Zinesen. Ein bisschen Hunger hätte ich schon noch. Zäh. Ich glaub, da mögen wir nächstes Mal die vom Sparmarkt kaufen. Aber billig waren sie. Zinesen. 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 Zinesen.